Herzlich willkommen zu einer neuen Runde aktuelle Rechtsprechung in 200 Sekunden. Heute mit einem Fall des BGH zum Werkvertragsrechts mit folgendem Sachverhalt. Wir haben die B, die bringt ihr Auto zur Inspektion, zur U. Der soll das Auto untersuchen und eventuell erforderliche Wartungsarbeiten durchführen. In dem Zusammenhang tauscht er Keilriemen, Zahnriemen und Riemenspanner aus. Die B nimmt die Arbeiten ab und zahlt. Kurz darauf bleibt die B mit dem Auto liegen wegen einer defekten Servolenkung. Der U hat Betriebsfällen, kann sich nicht darum kümmern, deswegen lässt sie das Auto in die Werkstatt des X abschleppen und dort reparieren. Im Zusammenhang mit der Reparatur bemerkt ein Gutachter, dass die Servolenkung kaputt war, weil der Keilriemen nicht ordnungsgemäß gespannt war, deswegen gerissen ist und dabei die Servolenkungspumpe und auch die Lichtmaschine beschädigt hat. Sie zahlt jetzt an den X 500 Euro für Keilriemen, Zahnriemen und Riemenspanner, 1200 Euro für die neue Servolenkungspumpe und die Lichtmaschine und außerdem 250 Euro fürs Abschleppen. Diese Kosten verlangt sie von U ersetzt. Dieser Anspruch kann sich zunächst ergeben aus 634 Nummer 2637 dem Aufwendungsersatz für die Selbstvornahme. Ja, mein Werkvertrag? Die Werkleistung war auch mangelhaft bei Abnahme, denn der Keilriemen war mangelhaft gespannt. Dann brauchen wir eine fruchtlose Fristsetzung zur Nacherfüllung. Nacherfüllung heißt in dem Zusammenhang, alles das zu reparieren, was der Werkunternehmer falsch gemacht hatte. Das heißt, den Keilriemen ordnungsgemäß zu spannen, letztlich also Keilriemen, Zahnriemen und Riemenspanner neu einzubauen. Das ist die geschuldete Nacherfüllung. Dafür muss eine Frist gesetzt worden sein, die es nicht erfolgt. Möglicherweise war sie entbehrlich. Man könnte überlegen, alleine wegen des Betriebsurlaubs, allerdings wäre das nur eine Verzögerung von einem Tag gewesen. Da würde man vielleicht noch sagen, das muss die B hinnehmen. Aber sie hat noch ein weiteres Interesse, nämlich ein Interesse daran, dass das Auto einheitlich repariert wird. Die Fristsetzung gilt ja nur für Keilriemen, Zahnriemen und Riemenspanner. Dafür hat der U das Recht der zweiten Andienung. Für Lichtmaschine und Servolenkungspumpe allerdings nicht. Nun kann man von der B schlecht verlangen, Keilriemen, Zahnriemen und Riemenspanner durch den U reparieren zu lassen und dann die Werkstatt zu wechseln und den Rest bei X reparieren zu lassen. Sie hat vielmehr ein schutzwürdiges Interesse daran, alle Reparaturen aus einer Hand zu bekommen. Und deswegen ist es ihr hier erlaubt, ohne Fristsetzung an den U, ohne ihm die Gelegenheit zu geben, selbst den Mangel zu beseitigen, alles bei X reparieren zu lassen. Die Frage ist also, was ist die Rechtsfolge? Aufwendungsersatz für die Kosten der Nacherfüllung. Wiederum gilt das nur für das, was wirklich als Nacherfüllung geschuldet war. Das war eben nur Keilriemen, Zahnriemen und Riemenspanner, denn Servolenkungspumpe und Lichtmaschine waren nicht Gegenstand des ursprünglichen Werkvertrags. Das ist also der Umfang der Nacherfüllung plus die Transportkosten nach 635 2. Dafür gibt es Aufwendungsersatz für den ganzen Rest nicht. Sie bekommt also nur 500 Euro plus 750 Euro aus 637. Der ganze Rest fällt nicht unter das Selbstvornahmerecht. Das könnte aber als Schadensersatz ersetzbar sein. Die Voraussetzungen liegen vor. Die Frage ist nur, welche Schadensart ist einschlägig. Wir müssen abgrenzen zwischen Schadensersatz neben der Leistung und Schadensersatz statt der Leistung. Schadensersatz statt der Leistung ist das, was an die Stelle der Nacherfüllung tritt, also das Leistungsinteresse des Bestellers. Das ist hier wiederum Zahnriemen, Keilriemen, Riemenspanner. Der Rest nicht. Dafür bräuchten wir eine Fristsetzung. Die ist aber aus den gleichen Gründen wie oben entbehrlich nach 281 2. Alternative. Der Rest ist Schadensersatz neben der Leistung und deswegen ohne Fristsetzung ersatzfähig.